Der neue Aufseher Der neue Aufseher Da stehen schon wieder Schweinereien! Also ab morgen, und das ist Pflicht, nimmst doch du teil am Chor! Und aufwachen, guten Morgen! Herr Direktor, die Jungs warten seit drei Wochen auf warmes Wasser. Kaltes Wasser ist gut für den Kreislauf. Sie können gehen. Ich hab deiner Mutter nicht gesagt, dass du im Arrest warst, du warst beim Zahnarzt. Verrat mich nicht! Übrigens, Mathieu, der Chor ist gestrichen. Aber Herr Direktor... Vielen Dank, Monsieur Mathieu. Ich hab deiner Mutter nicht gesagt, dass du im Arrest warst, du 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 warst. Ich hab deiner Mutter nicht gesagt, dass du warst, 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 du warst. Vielen Dank.